Allerweise sagt man, man kommt unter den Hammer, wenn man verheiratet wird. Was hast du gesagt? Heißt das nicht meistens, wenn man verheiratet wird, man kommt unter den Hammer? Ja. Unter die Haube. Oder so. Hammond fand dich da aber gerade besser. Aber wie hast du dich da geschafft, unter den Hammer da zu kommen? So ne Ahnung. Klaun. Ich kehre zum Hauptmenü zurück. Läuft. Das hätte ich zu gerne gesehen. Hätten so noch ein Zeitlupe machen müssen. Wenn ich das jetzt noch aufgenommen habe, dann kann ich das auf jeden Fall... ...eine Zeitlupe schneiden. Was denn, Frau? Und, wie findest du den, Prio? Mach, mach. Deine Beine kleben. Widerlich. Ich dachte, sie war duschen. Ja, sie war duschen, aber ihre Beine sind noch nass. Ich klebe doch nicht. Und es ist noch vom Pop. Für Prio? Ja. Für Prio. Schau mal Nils, ich bin auch auf 36. Sehr schön. Schön. Mit Level 2 gerade mal. Oh, scheiße. Das sieht aus wie die Ringgeister, Junge. Wie die da im Kreis standen. Oh, Alter. Die gehen ja natürlich auch denken, na danke, ne? Unidiv. Oh, scheiße. Das wird schön. Ja. Unser Typi da redet mit uns, glaube ich. Das ist schön für ihn. Ich wächst auch kurz. Ja, mach's mal. German? Or? No. Okay. Dann interessiert es mich nicht. Ist ne Armee. Oh, krass. Jetzt haben wir Piringa ist da hier. So, mit wem hast du nicht spät mit Piringa ist da? Oh, meier, Alter. Wie geil das aussieht. Ja. Hehehehe. Hehehe. Schrimm. Wenn dich da morgen in der Faddenkirchen hat, du zieht mich hier in der Eklang. Da-da. Oli ist ihr beide oder ich mit Stefan? Laufen zu viert als Team, Alter. Hehehe. Direkt weiterlaufen. Hier, Priore, eh. Vorsicht, Stefan, da sind die Hammer. Ja, ich weiß. Zone C, eingenommen. Zone C, eingenommen. Zone C, eingenommen. Zone C, eingenommen. Zone A, eingenommen. Zone C, eingenommen. Basti, krieg doch Fresse. Zone A, eingenommen. Zone A, eingenommen. Basti krieg doch Fresse. so schlecht ist der krio gar nicht blöde idee ja die ist halt an zwei schildern immer hängen geblieben und dann hat dann halt einer irgendwann zugehauen und dann war sie halt auch tot das ist ein hässliches team alter vier vier rote hör auf zu schlagen mag ich belebe einer habe ich gekillt ihr zieht euch mal nach oben zurück in die heilung der kann hier noch wiederbeleben das ist das problem kommt ein idiot zu uns gelaufen hilfe danke das wird eine witzige runde unser ami braucht hilfe mc zurück ganz dringend heilung auf die kriegt auf schnauze scheiß alter der tötet mich stefan zurück er kommt hinter euch er kommt hinter euch bin tot ja ich weiß ich hab drei jetzt am arsch ich hab dir gesagt du sollst gehen aber die brechen gleich ein wir haben jetzt ein bot drinnen stefan stefan rechts 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 oder hinter dir schnauze hilfe 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 verdammte scheiße warum spawn schneller mach nack bin tot ist nicht gut komme komme stefan du musst da weg Auf dem Weg, Basti. Ich bin auch auf dem Weg. Heil dich. Steh doch mitten in der Zone. Naja, trotzdem. Alter! Warte. Was stimmt denn mit seiner Exekution nicht? Das Kreuzschwert rüber läuft. Ich fang mal noch besser hier ab. Das war knapp. Ich kam von oben. Habe ich gesehen. Oh, die brechen ein. Nein, Mann. Kommt der zweite von hinten an und weckt sich den Kill, ey. Bin tot. Los. Danke. Ich darf noch drauf. Oh, danke. Heilig. Los. Du Du Du. Ja, ich habe das. Achem. Jo. Duuuuut. Das ist wieder weck. Das gibt's doch nicht. Das ist das. Das ist das. Das gibt's doch schon. Hahahaha Hahahaha Ey, alter, alles gleich Nee, ich bin weniger gestorben Na gut, aber das sieht auch geil mit dem Pryonen aus Ey, das hätte aber auch gepasst, jetzt, wenn alle noch drei Kühe sind gestorben Üh, 14 Haar, schon wieder eine Ich geh mal schnell eine rauchen Ähh, wo ist denn meine Jacke? das war eine lustige runde also wenn man den trio versteht geht es einigermaßen ich verstehe noch nicht so hundertprozentig aber das wird langsam aber erst guten ja ja ist okay also ist nicht so lang aber er ist halt auch deutlich langsamer als alles andere zwischen durch andere charakter spielen das bist du sehr auf den fixiert ja vor allem das problem ist was ich halt finde ist zum berserker unglaublich schnell die ausdauer ja und kann sie aber im vergleich zu den jungen nicht so schnell her schnell wieder aber ich glaube das kannst du dich ausbauen nee die sache ist der der hat ja wie ihr das bollwerk habt ja eine anmutsstellung kannst du kannst ruhig suchen was ist das wenn er sich was sogar dann er passt an und der jan der dreht sich halt nach hinten raus und bleibt dann halt mit seiner glebe in der hand stehen und hat halt innerhalb von zwei sekunden wieder komplett das komplette ausdauer ja gut wenn die dich komplett bei null war ja da du in die defensivstellung ist zieht es dir verdammt viel ausdauer weg deswegen ich habe die ein paar mal gezogen und dachte wo ist denn meine ausdauer hin und dann habe ich das festgestellt meistens macht man die auch nur wenn man zu dritt kämpft dann ziehen sie nicht gleich so viel aber 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 kommt schnell in den drach modus ja habe ich vorher noch nie noch nie benutzen können den habe ich einmal benutzt bisher also ich habe schon öfter und ich jedes mal wenn ich gerade davor war oder ich hatten gerade und wollten rein haben sie meistens gekillt weil mein ausdauer ja genau super easy jetzt der bollwerkstellung die hauen alle einmal drauf feierabend genau welche fähigkeiten hast du gerade die ersten aber ich müsste jetzt welche freigeschaltet haben ich bin der will vier guck mal ob du parieren drin hast wo du noch parier schaden ja die hier nämlich die habe ich auch noch scheißen habe ich dann ich habe junge also meiner ist fast eine heilung aber ich habe noch keine noch keine freigeschaltet konnte erst auf fünf ach stimmt da habe ich gerade gesehen das heißt was darf meine freundin diese woche eh nicht nach hause kommt jetzt einfach schnell am fenster schlug schaden angeht ach so das war der blatt in der nacht läuft doch wieder schade kein vierter period aber guck mal was die gegner haben ach du scheiße schild gegen schild das wird lustig das wird zum kotzen die kriegsfürsten übrigens ich weiß nicht für stefan und ein berserker drin und der weiß wie man spielt auch jetzt fürs level ab 2150 wieder die schwerter alle sausen so wollen wir hin